Und dann nirgendwo Schafe, weißt du? Alter. Wegpunkte. Neuer Wegpunkt. Äh, ach komm, hier. Fah. Fah. So, jetzt wandern wir hier hoch. Aber nirgends Schafe in der Nähe, weißt du, dass du mal eben schnell Wolle farmen kannst. Jeden Scheiß krieg ich hier. Äh. Ich glaube, es hackt. Wüste. Du hast mich doch schon längst gesehen. Dann komm halt her und schlag mir aufs Gesicht. Der Enderman ist auch selten dämlich. Äh. 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 Ja. Der Enderman ist selten blöd. Äh. 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 Ich brauche Kaktusgrün. Zip. 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 Oh. Ich sagte Zip. Hmmm. 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 Muuuuh. Äh, den da. Den da. Zip. Dich mache ich so klein. Dich mache ich so klein Dad, dass der mit Hut ist! So klein. Das heißt, ich bin jetzt auf der Suche nach Kaka 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 Kaku outdoor. Und, Hello? Oh Uh-oh Bam, bam Ah-oh-ga-ah-oh-ga So can we have some Can we have some some cactus green please? Thank you Suchen wir doch ein bisschen, vielleicht finden wir ja noch ein bisschen was grünes What is it? Salpetererz, das ist Railcraft Sollen wir das mal mitnehmen? Bam Ich muss mal ne Kleinigkeit, müsse ich mir mal zu mir nehmen hier, so Sonst tue ich nämlich nicht heilen Und ich will doch heilen So, heile heile Gänzchen, weißt du? Ich vermute fast, Salpetererz in der Wüste bringt massig xp-popelnse Sieht schon fast danach aus Ganz schön windig hier oben So Die ist ganz schön fett, weil Peter vorkommen Die Frage ist, wofür werden wir es brauchen? So Ok Wie Is Does この Schlattform A Eine Hier ist reichlich Kaktus. Das sieht doch schon nicht so scheiße aus, oder? Kann man doch machen. Kaktus ist ja auch nachwachsend. Das heißt, wir legen den gleich bei uns ein bisschen mit einer kleinen Sandfarm an. Wir brauchen ja nicht viel davon. Aua. Hup. 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 Hähähähähäh. Hup. So, siehste. Das ist wahrscheinlich schon mehr als genug. Hup. 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 bevor wir den da oben noch mitnehmen. Ach, hier sind genug. Aber das sieht hier auch schon wieder geil aus. Wirkste. Und wieder ein KST. Und wieder ein Schlafsack basteln. Okay, pass mal auf, die können weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Aaaaaaaaaaahhhh Da denkst du einmal an nichts Böses, wirst du direkt von blöden Piranhas attackiert, weißt du? Wie ein Portal zu einer anderen Welt. Böses Eeeeee ja hallo ich bin inte zombie Ja ich frisk ja menschenfleisch So, also Salpeter haben wir hier genug Und ist auch zu Fuß noch relativ gut zu erreichen So weit sind die Biome ja nicht vor Nein, runter entfernt, verdammt Aua Kreizkluzi fix noch once Aua Okay, Ziel erreicht Dann gehen wir mal auf die Wegpunkte Ziel entfernen Aber guck dir das mal an, wir haben hier schon Hier ein Stückchen, weißt du Spawnpland Hundefiecher und so haben wir da Weit, weit weg Ein weit, weit weg Dorf Die Frage ist Bringt uns dieses Dorf irgendwas Weil wir haben ja hier vorne auch ein Dorf Was ist denn das hier für ein Punkt? Weiß keiner, ha? Oh Reiten wir mal wieder zurück, wa? Diep, 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 diep So springen erstmal wieder rauf in die Biome Oder in das Biome Juhu Juhu Und Nils Ich hab einen Ich hab zwei So, das sind schon drei Vier Jawohl Jawohl, da sind sie Sehr schön Ja, da würde ich doch mal sagen Hier kommt jetzt alle mal mit Ich freu mir grad Auch wenn ich's nicht so richtig zeigen kann Aber ich find das toll Wir haben vier Hunde Verstehst du? Ja Ich hab's labelen Vielen Dank.